Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung der 6-Bell. 25 Minuten vor dem Fall. Und da starten wir jetzt gleich mit der ersten Übung. Und wir sind hier am Boden und beginnen gleich. Arme werden ausgestreckt und wir gehen ein rechter Runde und wieder oben. Links, rechts, links. Immer acht, sechs, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Und ein, zwei, hoch, schweigen einen Schritt. Ab, vier, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Und eins. Arme, hundern den Kopf und abwechslung. 95 Grad liegen. Einmal nach vorne strecken. Wir müssen alle in den Boden hineinwinken. Sehr gut. Acht. Sieben. Hundern den Kopf und abwechslung. Sieben. Hundern den Kopf und abwechslung. Sieben. 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 Sechs. Fünf. Wir sind hart. Sechs. 4, 3, 2, 1, sehr gut, tief, einmal zurück und dasselbe noch mal in die Lieben, wie wir zwei in den Bruch drücken, vom 90 Grad liegen. 4, 3, 2, 1, ein, wir haben vergessen, strecken, die Beine abbeugen, vier Füßen zu den Zehenschen ziehen, hopp, hopp, sechs, sieben, fünf, vier, drei, 2, 1, fertig, am Boden stellen, fertig geht's mit dem Zitat. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, seitliche Bauchmuskeln aktivieren, bis du den Ferien verziehst, Atme nicht vergessen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kurze Pause. 5, 3, 2, 1, kurze Pause. 6, 5, 4, 3, 2, 1, kurze Pause. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kurze Pause. Drei, zwei, eins, letzte, auf, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, zwei, eins, sechs, mittendien, dreckig sein, das ist wieder drin, legen und die Beine an die Jüngle, bereit und zur Zeit und die Bordung stehen, zu prüfen, gegen den Rücken, richtig easy, Sechs, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, acht, zwei, hoch, hoch, tief, tief, ab, ab, tief. Ein, vier, drei, vier, 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 vier 7, 8, 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Geht einfach mal in die Kante, hoch nach oben, und nach unten, das ist alles gut zu bewegen. 10,4,3,2,1,2,1,2,2! Hier, auf die Blötschne Eins Vier Sechs Vier 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 1 2 3 Augen nach 1 2 3 Augen nach Vier Vier So, der letzte, wechseln, links über rechts, zieh die Ellenbogen zu knieen. So, der letzte, wechseln, links über rechts, zieh die Ellenbogen zu knieen. So, der letzte, wechseln, links über rechts, zieh die Ellenbogen zu knieen. So, der letzte, wechseln, links über rechts, zieh die Ellenbogen zu knieen. So, der letzte, wechseln, links über rechts. So, der letzte, wechseln, links über rechts, zieh die Ellenbogen zu knieen. So, der letzte, wechseln, links über rechts, zieh die Ellenbogen zu knieen. So, der letzte, wechseln, rechts, zieh die Ellenbogen zu knieen. So, der letzte, wechseln, rechts, zieh die Ellenbogen zu knieen. So, der letzte, wechseln, rechts, zieh die Ellenbogen zu knieen. So, der letzte, wechseln, rechts, zieh die Ellenbogen zu knieen. So, der letzte, wechseln, rechts, zieh die Ellenbogen zu knieen. Legen, links rechts, zieh die Ellenbogen zu knieen. Sehr. Weiter, jetzt ist es. Hopp. Voll oben. Nach unten. Und andere Richtung. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Und hoch. Sehr gut. In die Bauchhabe. Entschuldigung. Und. Ab in den Kopf. Und wir gehen nach oben. Oberkrippe langsam nach oben ziehen. Eins. Sieben. Fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Ander seitlich. Oberkörper nach oben. Und wir gehen. Rechts nicht. Licht und Kniekehle. Vier. Sechs. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Bruder an. Ander nach vorne. Zur Seite. Und die Oberkörper. Noch oben ziehen. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Arme gespeichert. Auf vorne. Und nun die Arme. Das heißt, die Daumen sind direkt gestiegen. Bleibt auch noch nach links. Sieben. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und eins. Kurze Pause. Arme gespeichert. Und die Oberkörper. Und die Oberkörper. Acht. Sieben. Rechts. Zwo. Eins. Arme seitlich. Richtige Knie. Knie ziehen. Stirnbleib am besten. Wagen recht zum Fuß. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Arme nach vorne. Arme wieder nach vorne. Und rudern. Hup. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Fünf. Zwo. Eins. Arme nach vorne. Daumen nach vorne. Nächste Bicke. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Rössl. Zwo. 1 Pause So, jetzt den Box zurückziehen Arme strecken Jetzt kommen wir wieder entspannt Phase Und zwar kommt der Lenker an 90 Grad zum Boden Seite Und ein Bleiben nach oben Und wieder in der Dreiposition Ausatmen 4 3 2 1 Und ein 2 Drehen sich ganz oben Körpers beides mit Hand wechseln zu Wechseln Und wechseln Rechte Arm zur Seite Und unten durch 90 Grad Riss bleibt am Boden Und wechseln Wechseln Vier, drei, zwei, der letzte, eins, und wir drehen uns komplett mit dem Oberkörper, das beides geht, Hüfte drehen, so hat er es geschafft. Und wir gehen zurück, Arme banden zu rechts, Arme banden auf links, hier adem nach vorne, komm nach vorne in die Gorklage, Arme gebt, und wir federn unseren Borken. Und wir gehen zurück, hopp, 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 hopp. Wir wirbel hochrollen, schön, wir kommen zum Ende, schön ausschütteln, hopp, 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 hopp. Und ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal, tschüss, euer Anna, tschau.